... ... ... ... ... Obwohl, wenn sie mal auch wieder schweineteuer haben. Wer hat auch keine Großmacht. Keine doch Großbritannien ist Großmacht. Was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Unsinn? Na ja, ich bin halt gut. Was glaubt ihr wahrscheinlich inzwischen wirklich? Nein, nicht wirklich. Möcht nicht. Schweiz ist nicht länger Teil des Heiligen Römischen Reiches. Was wünscht ihr? Reizvolle Schweiz und das Reich. Ich bleibe in meinem Reich. Auch wenn die Entscheidung vielleicht lustig, interessant gewesen wäre. Ist. 20 Prezise, 200 diplomatische Macht. Übernehme ich doch. Gartes Zeug. Ehegeizze. Das ist ja so wie Korruption jetzt auf einmal. Ich glaube, ich würde hier ansprechen, ich finde hier noch alles. Aber die Runde ist völlig festgefahren. Das ist deine Meinung. Eine sehr falsche Meinung. Aber weil ich sehr intolerant bin, darfst du sie ja auch nicht haben. Chris. Ich könnte Memmingen angreifen, da würde Stettin mitmachen. Aber ich komme leider nicht zu Memmingen hin. Nein. Inherству lassen meine Zélophils grundsirtschaft hinab. Ich kenne die associateische Hochschule. Um, eine richtig Einführung von deriędzy. In hollow leaden ein, in einem omega in der Seele habe ich die, Der Adelstand ist schon ein bisschen nervig. Vor allem mit Vorherrschaft des Adelstandes kriegt man nicht so viel Loyalität zu sein. Ah hey, plus 1. Müllmacht. Oh boah, wir müssen das Zimmer abschließen. Wer weiß, wann ich wieder einen Berg annehme. Und ich meine, Felsung verteidigt bloß 10% bis zum Spielende. So schön. Ich habe hier Zeit an der Ziele erfüllt. Wenn ich jetzt meine Rekruten das aber noch schneller aufholen würde, wäre das toll. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Oh. 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 so das kommt mir bekannt vor das sind die bei mir auch immer ich möchte eigentlich den starten und haben groß projekt ober das mitbekommen aber nur 1 und wenn ich gleich übertreiben was denn das sind was macht denn das verfallprestige prachtmordlich fluss 05 die kürze ist christlich und das ist die falsche religion ich hab davon noch gar nichts ich kann sie auch nicht konvertieren natürlich ja Okay. Ich warte vielleicht noch, bis ich meine Armee vergrößere, bis ich auch wieder die Gruppenhäuser habe. Aber wobei, wir brauchen eine Gruppe selber. Nee, nicht reformiert. Protestantisch, dummes Spiel. Ich kann bald eine Mühle bauen. Eine Mühle. Versteht ihr? Mühle. Also keine Dame, sondern eine Mühle, ja? Richtig. Aber es dauert noch bis 96. Das ist 1996? Boah, dauert ja lange noch. Gab es Mühlen nicht ein bisschen früher? Ich überlege gerade mal. Nein. Nee, Mühlen gibt es jetzt seit 1596. Das ist allgemein bekannt. Da hat mein Mühlenwald die Mühle erfunden, deswegen heißt das immer noch Mühlenwald. Genau. Da gab es die grobe Mühle und die feine Mühle. Und da kommt auch die Wurst her. Die Rübenwaldermühle. Das war ja auch die erste. Das sind die wenigsten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich habe auch nur zwei Armeestacks, was ist das denn? Du brauchst nicht den grünen, solltest du noch einen auslöten. Operation Südafrika ist angelaufen. Ja Kommst du aber bis nach Südafrika? Du bist schon in Südafrika Oder hast du diese kleinen Inseln irgendwo dazwischen Welche Inseln? Ich hab keine Inseln Wie kommst du direkt von da oben nach da unten? Ich bin schon lange da unten Ist das nicht auch ne Kolonie sein? Ach, was weiß ich Das Spiel funktioniert eh nicht richtig Ja, ich muss da Ich muss mal wieder Krieg führen In Afrika hab ich lange nicht mehr gemacht Typisch England, ständig nur einen Krieg führen Man ging in die Gehle Ja Ich suche nur über die Schwachen raus, weißt Schlepp Hey, ich mach ein 267 im Monat Es geht aufwärts Immer noch keine Großmacht Pink gibt's immer noch, ist auch immer noch riesengroß Baman ist auch Baman ist auch Aber ich seh Ming, das erstaunlich gut geht In Japan verbinden ist, da ist Korea Da sind die Euraten, die sind recht groß großen ist da noch gar nicht angekommen sind ja auch Alvin was ist denn überhaupt, wir sind irgendwo so Richtung Indien unterwegs so ein Liefergröße ohne Rekruten ist ja etwas überfällig auch Kriegsteuern ist auch einfach gut, ich hab das auch mal mitbekommen ist ja eine ganze Weile schon nicht mehr gratis naja das kann nicht alles gerade sein Granada kolonisiert bitte ja in Afrika oh der macht da was da bei Kuhbarm ist auch was ist bis zum fixen Junge, diese riesen Indianer reiche da ja es gibt niemanden, der sie so wirklich auffällt ja Lüberg du kannst ja auch absolut nö 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 Boah die nö 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 Apotheken sind wichtig. Apotheken. Kegel. Paul Toleranz, errichtig. Irgendwie haben die KIs hier den Krieg völlig eingestellt. Hat so viel Krieg? Ja, bringt ja auch nix. Ja, man muss einfach mal die Balance zerstören, dann geht da vielleicht wieder was. Einfach mal Frankreich angreifen. Ach, noch war ein Stillstand. Gut, erstmal festes Verteidigung plus 10%. Okay, Österreich existiert nicht, muss... Oder Österreich ist ja die Wale, hat Bündnis mit Schmau... Hm, ah ne, die Wale von Österreich hat Bündnis mit Schmau... Oh, ich hab Gold gefunden. Boah, da haut ein Schwung auf Tirol, auch geil. Moment, das ist nicht alles Tirol-Spiel. Bin sicher, dass Coburg nicht Teil von Tirol ist, warum zeigst du mir das an? Achso, war nicht. Ja, passt schon. Ich war kurz geistig abwesend. Probieren wir erstmal den Kugnis-Service auch noch recht niedrig. 10.000 gerade mal. Erst mal 32 Pfünder Brot kaufen. Ah, da wird man auch satt. Ja. Oh. Ich habe Minus 20 administrativen Macht. Ich habe Minus 20. Ich habe Minus 20. Ich habe Minus 20. Jetzt habe ich Minus 20. Ich habe Minus 20. Untertitelung des ZDF, 2020